Willkommen auf der IFA 2011 in Berlin. Wir sind hier am Telekom-Stand und zeigen Ihnen die Entwicklung vom IGA-Bit-Internet. Die Telekom hat in diesem Jahr 2011 angefangen, viele Städte ein per Freibettungsraum auszubauen, um dort IGA-Bit-Internet zu schaffen. Aber auch mit DSL und VDSL erreichen Sie mit Telekom höhere Geschwindigkeiten. FDTH steht für Fiber to the Home und heißt also, die Glaswasserleitung wird bis zu Ihnen ins Haus gelegt. In den Pilotstädten werden bereits mehrere tausend Haushalte über die Glaswasserleitung angehoben. Sie sehen im Hintergrund jetzt den Vergleich, wie schnell der Download einer 500 MB großen Datei ist, also zum Beispiel ein kurzes Video bei YouTube. Mit einem DSL 3000 Anschluss, der heute noch in vielen Bereichen Standard ist, dauert dies etwa 22 Minuten. Mit einem DSL 60.000 Anschluss ist dies schon deutlich schneller, wirklich in etwa 10 Minuten. VDSL, jetzt schon in sehr vielen Städten deutschlandweit verfügbar, ist jetzt etwa 5 Minuten. Und mit dem kommenden Jahr verfügbaren Telekom-FTTH-Tarifen, also die Telekom-Fiber-Tarifen mit bis zu 200 MB ist ein Download einer 500 MB Datei in wenigen Sekunden abgeschlossen.